0,0 verbleibt die Einwertnote 6,0. Wir begrüßen als nächstes die 507 Million Dollar, vorgestellt von Ebba Johansson vom Reit- und Pfarrfein von Elmeshorn. Million Dollar ist ein Sechsjähriger von Plot Blue aus einer Vigo da Solis Mutter. Gezüchtet wurde er von Perry de Winter und ist im Besitzer des Holsteiner Verbandes. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020